Hey Leute, ich bin's, MacPabrik. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr wie ich jetzt momentan nicht im Handynetz registriert seid, beziehungsweise wenn euer Handy kein Netz findet. So, ihr geht dazu nun in eure Einstellung rein. Dann geht ihr hier auf weitere Einstellungen und dann habt ihr hier den Bereich Mobile Netzwerke. Da geht ihr ebenfalls wieder rein. Und dann könnt ihr hier euren Netzbetreiber manuell auswählen. Da geht ihr auch drauf. Das Ganze wird gesucht. Und dann habt ihr hier eure Netzanbieter, die ihr manuell auswählen könnt. Da wählt ihr jetzt einfach euren Netzanbieter aus. Bei mir wird hier mein Netzanbieter sogar doppelt erwähnt. Also klicke ich einmal den hier an. Und nachdem mein Netzanbieter jetzt ausgewählt ist, könnt ihr hier oben erkennen, dass ich wieder volles Handynetz habe. Ich habe also nicht nur WLAN-Netz, sondern auch das Handynetz von meinem Netzanbieter. Ich habe das jetzt im Prinzip einmal gesettet, zurückgesetzt und neu gestartet. Das hilft sehr, sehr oft. Probiert es auch mal aus. Ja, ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac, Peverag.